schon wieder montag youtube news mit mr trash bag abonnieren liken wenn ihr bock habt das war das intro jetzt kommt ja nach diesem schlaganfall geht es hier weiter ich wollte hier direkt weiter machen aber ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen ich glaube ich habe noch nicht genug geld ja hier habe ich ja aus dem video gemerkt dass ich ja richtig viel scheiße wort habe deswegen manchmal sicher teilweise alles raus und so machen lassen so in ruhe so ich habe jetzt muss ich am anfang der runde am anfang der aufnahme machen wollte auf jeden fall ich werde vielleicht schwingen dann bauen wir uns noch ein mixtub gut da bauen wir noch so ein super mixtub auf jeden fall ich glaube ich habe ich weiß nicht mehr was ich jetzt gemacht habe ich weiß dass ich mein inventar sortieren haben will und ich kann das ja ich kann jetzt drücken auch verdammt das ist nichts gutes so war das die kiste auf ok google stellen tab auf drei stunden wir machen die drei stunden aufnahme so chronicles of pursuit 3 main nine years since my awakening upon the release of the spell black liquid shall enter my veins and circulate throughout my entire body i expect this will be the most painful experience of my life ok and what was the bro i awaited trial with great anticipation it's an hour it it is an honor to suffer through the holy labor of rebirth the next time i wake it will be as the true servant of master raman es geht wahrscheinlich um den dude den am night jamalan dude den wir oben gesehen am der erste mitgenommen hatte easy to read alware make this vow i will surpass the limitations of man and be come the true servant of god will find the heretics and serve as the executioner der verdugo der verdugo so ähm selbst habe ich nicht verstanden so gut bin ich nicht im sparenisch ich bin gar nicht gut im sparenisch bin ich bin ich bin total trash oh mein Gott das ist und gut diese Leute sind nicht richtig aber ich habe echt scheiß Schlaf äh sich ein bisschen verkrackt was ein Viech älter sind auch nur meine Treasures ich liebe Treasures jetzt hier wird jemanden hebel um hey wie komme ich zu meinem Treasurer an 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 so ein scheiß Dreck shit oh mein Gott bro what the fuck oh Junge ich habe eh gedrückt oh nein das ist ein Schlangenviech oder so ein Ding ha 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 chair oh ha 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 vee ha jetzt kommt raus hier oder als koppel sind wir nein ich gebe die jungen I guess man kann es nur. Der Bro friert nicht ein. Der rennt da nicht durch. Der ist zu schlau. Ich muss mich mal kurz durch. Du Käferviech, Alter. Ich habe damals gleich die Macht. Alter, ich bin der Beste. Ich laufe einmal so rum. Ich glaube, so will ich es haben. Da muss ich echt gut time, glaube ich. Lass mich durch. Jetzt. Liederliches Käferviech, Alter. Der Bro der hat sich bestimmt an den Resident Evil. Äh, Resident Evil. Ja, Resident Evil. Ich habe nicht gedrückt. Ja, Resident Evil haben sich Resident Evil erinnert. Äh, orientiert. Ne, da muss ich verschwinden. Äh, wie heißt das? Nein, Junge. Äh, wie heißt das? An Aliens vs. Resident Evil, I know. Äh, orientiert. Das heißt, ich muss, glaube ich, jetzt mit dich. Junge, das Ding ist aber auch riesig, Alter. Pack, man. Wo war noch mal? Äh, hier. Äh, hier. Äh, hier. Äh, hier. Äh, hier. Hier drücken wir die Tatsung. Äh, Junge. Äh, hier drücken wir die Tatsung. Oh, jawohl. Ich bin leer. Ciao, man. Hui. Stich, Stich, Digga. Ha. Ich bin ja ausgewichen, und hab's gesehen. Äh, Junge. Ich kann so ein Ding zu viel erstacken, Alter. Aber ich würde es nicht haben. Und nun soll der Beginn. Die Ressourcen. mit Ressourcen. Ausgehen, heißt es, wenn es klos. Ach, komm, wir machen. Die Schöpfung hat geschickt. Der muss ich brauche das jetzt. Schöpfung, 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 Schöpfung. Ich glaube, das aber schingen. Hä, scheiße. Ach, Junge. Ich hatte doch... Okay. mein gott nicht gut geht lasst mich durch lasst mich durch ach das wird der verdugo gold monocle ja geil ich hab voll viel munition verschwendet egal ich bin der beste das darf man taktiker 30.000 das ist ja fett wir gehen zurück und holen das fahrschuss das blinzelt farm ja das glänzern ich bin verwirrt natürlich nur das blister nicht glitzert alter na gut das war bestimmt irgendwie rein also ja jetzt auf den europäischen zu kommen rein so gibt ja hallo gut habe mir fast alles abgegrast ich glaube ja wir könnten jetzt gehen jetzt aber geht noch kurz hoch und guckt so vielleicht noch nicht in der kiste steht ich brauche die resourcen alle so hier rechts nee hier ist keine kiste mehr warte ich mal kurz ich mach mal ein handy auf sturm du wirst mich abholen in die sturm bin in meiner welt die referenzkette gar nicht ich werde jetzt noch nicht erklären ich bin ich bin so ein ich bin so fies ok ich will vielleicht was im nebenraum was ja nehme ich diese zwei kisten also sich gelohnt hier machen es auch einfach so weil ich alles haben will ich will alles machen ich will alles machen erst am sommertag wir craften jetzt mal ein bisschen was auf jeden fall bei der munition ne 94 damit kommen wir aber auch nichts mehr ich habe ein handgang ein modus ich habe mein handgang muss besser als nichts dann kann ich noch eine flashbank kaufen verkaufen bauen alter wie gesagt wurde sich nicht für ein bisschen kaputt schlechter schlaf ist schlechter schlaf ich weiß nicht woran steckt er versteht hier notice about power supply out of service okay das hätte ich vorher lesen müssen aber egal ich habe mich aber gefickt nämlich drei mal die gleiche farbe haben wir nicht ihr müsst das game verstehen wir wollen hier viel wir wollen viel wir wollen alles haben so haben wir schon ok erwarten wir einfach dann können wir schon mal den hier dann nicht da wir denn hier schon mal hier einlegen aber das klingt wie so ein u-boot oh nein adam stanza das klingt wie so ein u-boot das klingt wie es hat das klingt wie es hat in communion Ges finish die 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 das klingt wie es petals sowas immer sind Denken an diesen Vagranten der Heiligen Gelegenheit. Wie du möchtest. Ich mache es für dich. Sehr convenient. Hey, Trappter zu Ende. Jetzt kann ich auch speichern. Weil davor kann ich nichts speichern. Dann speichert das eine Realität hier, Digga. Das ist Lava. Ich werde Müll, Mann. Storage. Ich nehme die M4 rein. Ah, ne, die Fisch ist Riffle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist meine Priorität. In diesem Fall wissen wir, was wir tun müssen. Dann komm, Sancho Pantha. Lasst uns die Prinzessin Dulcina. Du kannst dich selbst schocken. Hey, das war mein Lanz. Okay, hurry, ich verstehe. Ich verstehe. Warum helpt mich? Was ist da für dich? Nein. 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 Ich wollte nur mal sagen. Machsel auf den Weibhaus. Machsel auf den downtown. Forminslog. Date. Oktober 11. Heute war es der schlechte Tag von meinem Leben. Es ist meine D compel. Sitzende. Aber hier bin ich im Stuck am Bödem. ganzen Land auf das Bödem. Ich kann nicht reden. Heading out to some backcountry dump, if it weren't for the pay, no one would be willing to work out in the middle of nowhere. October 19th, Doors and the cars are always reminding us to take care during the excavation, but a few workers collapsed after inhaling some dust. There is something going on there that they are not telling us. There are too many secrets. I started coughing too, I should sleep. Same für mich, Alter, ich soll auch schlafen. October 26th, Something's really wrong with me, I threw up blood three more times to them, in some weeks I can barely move. I never should have come here, I came for the money, but instead I'm the one paying the price, I'm a terrible father. I'm so sorry sweetheart, you deserve better. October, Since morning head don't work, why? More blood threw up, many insects crawling, I hear a voice. Date. A fine day to work, Digging brings me so much joy, I am full of happiness, and I offer it all to you. Everything for you, Lord item center. Okay. Mein Gott. I had something to say and I couldn't say. I can't do it, but I don't know, because I have no idea what I have. I have a hammer. But hey, we are now at... So you heard, huh? And let's stop. You don't need to worry about it. You don't need to worry about it. You don't need to worry about it. So, you don't need to worry about it. What are you doing? Well, good. I've got something new for you, mate. I'm... 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 Your valuables won't do you much good in the gray. This kind of work... dann gucken wir sich aus so süß dahin sitzt wir besuchen das noch mal jetzt erfülle ich mich gewappnet wirkt schon gut an alter noch nicht verkacken der track ist einfach super alter ich mache eine maus langsamer wir heute kriegen wir heute kriegen wir das spielt keine rolle glaube ich das war gut denn alter naja warte das war die dynamit das war ich eigentlich so jawohl ich krieg die krise damit schon alles was wir kriegen können 1000 plus es gibt so ein ding da krieg ich aber auch nicht den letzten pirater aber das mal kurz vor seinem fett bock geschossen also deswegen brauche ich auch eine neue maus die ich die so haltet das zeugt schon so ein krampf verstehe was leo meinte die ziel series meuten nein ich bin leer aber jetzt sind wir trocken nein bonus condition destroy all packen ich mach das nochmal 3 2 1 begin oh double nice superbe shot nachher steht cool da ich hab nichts erwartet komon 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 da du willst mich verarschen das nächste wollen ja nicht langweilen mit einem geben ja das krieg ich jetzt den verfickte tmp alter jungen ich dachte matrosen geballert nein wir gehen wir versuchen noch mal das auch mal die 100 prozent zu machen so deswegen zum tmp master schütze doch nicht machen wir hier statt 100 prozent die ganzen dinger voll die ganzen kürzen der bonus naja wir versuchen 100 prozent und alles zu treffen habe ich glaube ich glaube ich lieber probieren als aufgeben dass ich wieder drauf eingefallen naja schade aber nicht so willkommen ok leider habe ich bietlich machen wir das mal ich habe den goldenen schick nicht getroffen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin leer und ich triff nicht ich bin leer und ich triff nicht ich bin das der 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 so weiter geht keine bonus sein weil dann aber doch nein ich will das jetzt haben dann ernst man oh come on red bull okay hey noch einmal jetzt kommt die schocken jetzt kommt der schotten gräufe gott sagt sowohl sollte wie mit das war scheiße kommt noch einmal richtig kommt alles nur richtig hallo oder ich bin nicht kommen kommen jetzt konzentration video mit dem kopf wackelt wenn ich nicht so wackelt egal weil ich habe mit einem boten mitgenommen ich bin wir alle jawohl noch mal ein mach mal die machen wir die neuen oder nehmen auch noch einmal das jetzt wirklich da noch mal so einen stern ich bin amerikaner ich hab ein bisschen schulschuting wir wollten man das jetzt ein geschütter 34 minuten hier das lief ganz gut noch mal also für die platte kann ich auch durch nein ja bei dem da hier wird schon verkackt man mit meinen piraten nicht bekommen ich verstehe mit red bull ja wie ist das ganz mies 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 wie es also noch mal die neun ja ich habe auch seinen fett brauchst du nicht geschlossen ja ich verstehe nein alter das war scheiße nein 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 das gebe ich nicht zufrieden warum das ding auch mal red nein habe ich nicht alle bekommen es ist keine bonus oder was ich war so close ich habe nicht so punkte bekommen das ist doch unmöglich oder ich muss das ding verwenden ok das waren sechs aber okay ich habe ich finde da den einen schädel wobei ein fehlschuss kann ich haben sollte ich weiß ich kann ihn dazu oh mein gott ich will das jetzt hinkriegen das schickert mich gerade jetzt wieder eine gun range folge also warte noch ich spiele auch in amerikaner ich will noch mal machen schlecht schlecht ja schlecht das war das war Ja, ich habe Bonuszahlen. Einer habe ich verpasst, aber immerhin ist es, Alter. Ja, besser hilfst du, Fett, wie ich es dir davor mache, so offenbar den Trailer zu beleidigen. Ich werde jetzt nicht den Matrosen abballern. Das Punisher Ding ist richtig geil, glaube ich. Das war Dirty. Warum habe ich den Matrosen abgeschnitten? Oh, das ist geil, Digga. Ja, ich bin Amerikaner. Oh mein Gott. Ja, normales geht besser. Oh mein Gott. Superb shot. Double kill. That's the stuff. Reload. Making it look easy. That's it. That's the stuff. Oh, beautiful. Schade. So, das war's. Das war alles. Das ist klar, los ist mein Gewinn. Gewinn, Gewinn, Gewinn. Ich glaube, wir waren voll als Gold. Einer Wong, we're 30% of body armor, das klingt eigentlich ganz gut. Jawohl, wenn ich Fisch fresse, krieg ich 100% recovery. Illuminats im Leben. Millicretel. Ey, das ist echt gut. Das ist auch ganz gut, glaube ich. Nice. Okay. Ähm. Er ist wieder hoch. Ah, das mache ich. So. Der beruf bewegt sich immer kurz 패stenden. Zwei strategische R nicene ist gut. Es gibt auch andere Re patters Mutta er Commenteratu. Es gibt einen also ich habe ein doppelt okay da kann ich den verkaufen ich würde ich würde handgun ammo brauche ich die ganze zeit aber shotgun ist relativ teuer deswegen das ganz gut davon mehr rauszubekommen na komm ich gehe einfach für das was ich an maß habe ja das passt dann so so und jetzt gehen wir mal kurz zu dem gut und wir verkaufen ein paar sachen nämlich würde ich sagen also wir können einer von den weg dann manuell die rest nicht bald einfach mal black bass brauche ich nicht wirklich und das ist eigentlich ganz gut aber ich weiß was die weg da verkaufe ich das prinzip nicht doch mache ich einfach so gleich was reden ich habe das stück nur ein gold token hätte ich bekommen ok weiter ach komm ich mache einfach einmal versichst du mal da noch so eine maske so so ähm 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 den mast kann ich nur runterdinger reinmachen all right je mehr treasure ist das beste ich liebe fucking treasure den q braucht man noch das krass gut ähm geben wir kurz dem vier weg und tauschen wir kurz das für die dmp aus ne warte ich wollte verkauf nämlich ich habe nichts zu verkaufen deswegen verkaufen wir auch nichts ja wir lassen das was so ist 8% running speed echt so wichtig ich i don't know ich will irgendwie 5.000 weg wir die Leute haben ey komm ich riskiere einfach das ist noch richtig bescheuert aber ich mach das einfach weg mit dir welcher unterschied ok so und weil hier kommt der prank ich komme jetzt das haha so ist mir scheiße arm gut so passt es eigentlich jetzt kann ich speichern ich wollte eigentlich das case die ganze zeit kaufen aber ich habe nicht erwartet dass ich so viel geld ausgeht würde deswegen war das was habe ich dann absolut sehr schnell ich jetzt auf der suche nach auf der ewig fährende mission meine freundin zu retten ach Junge ich liebe drunter keller digger leute leute sagen leute sagen ich bin abgefuckt weil ich diese regale geguckt habe aber die junge die ich habe die geliebt 2 Xbox ne 4 8 18 10 10 11 12 hast du gewusst dass männer durchschnittlich kürzer lebensfrauen nicht interessant ok du schießt mich ab mit der pistole und ich gucke ob diese mülltonnen abdeckung die auffällt ok klingt gut das ist ein minen die ich zitiert habe aber wer das gar nicht so wissen in den minen und da müssen wir hin sub objective wir kommen erstmal nicht weg deswegen gehen wir wieder zurück und schießen das ding auf wie ein richtiger nach ich auf so los komme her ganz unterwegs ich dachte dass du mal was zum tipp macht das schluss darin ich dachte mir na egal hätte fahrradkette habe ich gar nicht gesagt aber okay wir machen wollte auch wohl genau aller wirft doch kein junge dürfte hier mit feuer wo junge schilder abschichten abschichten wo die weint und die weiters okay das ist nicht so bitte nicht hören nicht ausweichen stich 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 so machen wir auf einfach bis hier weg so glaube ich habe nur es wird in luft geschwinkt die zu Junge! Oh, 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 oh! Alter! Puss Junge! Jetzt hat er einen Gebacken. Warte los! Oh mein Gott! Puss Junge! Nein! Ah! Dachtest du, hä? Oh nein! Puss Junge! Ey! Nein! Nicht doch! Du auch nicht! Stich! 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 Junge! Das habe ich von Herb, Alter! Vieles sind Herb, Alter! Das war ein Mess, Alter! Warum nennen sie alle die Mitte? Oh nein! 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 Du? Werte wegen Frau, Alter! Erst was Schütze vertreten, dann ist es richtig männlich! Leon des Sex, Kennedy! Schlechter! Ja! Uh! Saphir! Shiny! Ich bin der Elster, wüsste! Fuck! Ah! Ich habe ein grünes, das passt aber rein! Hoho! Five Colors! 100.000 Leute! Ich komme aus der Armut raus! So! Der Kampf Soundtrack ist aber hier ein bisschen abgefuckt! Was okay ist! Ist ne Mine, so klingt glaube ich ne Mine! Ich hätte die ganzen Minen, die ich hier bei dir einen scheiß faken! So tun! Oh, ich habe gute Geister und gruselige Schatten in der Mine gesehen! Uh! Ja! Gels Wort, Alter! Warum der Typ, der in diese Hornet mal gegangen ist? Die angeblich Hornet ist das, Alter! So ein... Stich, Alter! So ein Lappen, Alter! So, gehen wir mal hier hoch! 5.000 pieces hast! Oder wie ich sie manchmal diese Liebe gern genannt habe, Piesos! Das war ganz kulturelle Anleignisse! Ne, ich meine... Caspar nennt sie so! Ihr kennt alle Caspar, Caspar ist der Beste! Ja, Luis, merkt was! Du bist nicht der Main Protagonist! Denkt er für Main Character? Ich bin eigentlich der Main Character hier! So... Ähm... Ja, da ist alles dafür weg, das will ich nicht! Bauen wir noch ein bisschen hier... Drive Munition und 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 und... Das war's eigentlich! Ja, das war's eigentlich! Ähm... So, machen wir hier den Saphir-Ring! Wir sind 23.000 gut, aber... Ich hätte gern auch... Warte, warte, warte... Ah, ein Shop! Oh, nicht turnen, bitte! Okay, der ist geturnt, aber... Ja, oder so... Sag ich das gleiche, Bro! Der hat ja gar keinen Widerstand geleistet, wir haben einfach umgeknallt! Ich bin einfach die vaticanische Polizei... 57 Minuten ich hätte mich nicht mehr provoziert, ist einfach mein Autor, so tck-tck-tck-tck-tck-tck-tck weil irgendwas zu troppen Leute ihr wollt... ihr wollt eskapismus... ihr wollt eskapismus betreiben und abschalten vor irgendwas ne 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 hier gehts direkt weiter Dynamite, hm? nice flying, mein Freund Ja, das sollte schnell aus dem Todesendung machen. wo geht es da lang aus dem grund erinnert mich die mine gerade an die minen aus dusk ich kenne die noch gut weil ich da aufgeregt habe zu spielen die waren die waren okay aber ich finde wirklich unheimlich aber ich habe nicht aufgehört sondern einfach er kann muss man auf das habe ich eine pause gemacht und dann habe ich zurückgegeben es ist ein gutes spiel aber ich ja ich bin es fach ich nicht jones ich finde es noch rein alder Ich hab' nichts mehr gemacht, ok. Oh, wieso sind die Ressourcen nicht aufgehoben? Warum hätten wir nicht danach sprechen können? Wieso hätten wir nicht nachsprechen können? Wir hätten mal Ressourcen aufnehmen. Äh, save, save, save. Ganz nie, 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 nie. Ja, es sind 400 PZ-Tarts, aber die 400 PZ-Tarts nehme ich mit. Ich hab' Autismus, lass mich in Ruhe. Ja, hab' ich nicht. Also. Da war' ich ein bisschen scheiße, weil ich ein bisschen bemüdet bin, aber das passt schon. Passt schon, hätte ich gesagt. Hör' den Kollegen hier rein hier. Herzliche. Du bist mir. Gib' mir deine Haare etwas, nächste Heimann! Du fühlst dich schön. Du bist sicher, dass du nur ein Präsenz? Ich bin mir nur einen average-geinAll-Jungs, der bin wie die Mädels-Mann. So wie ich das Holz von gehört habe. Ja, wie die Mädels-Guy, hängt das Ding mit Ada ab. Vor allem abhängig, als ob das keine Geschäftspartner werden. Puts Junge! Digga, das ist einfach Hulk. Digga, du wirst es nicht rausholen können. Alle sind sogar zuweil. Scheiß die Wand an, was machen wir jetzt ein bisschen? So ehrlich, was wollen wir da machen? Einfach schieben? Ich ergänze. Jetzt nimm vier haben, Alter. Ablehrt! Ich war in der Ecke. Ich bin verstohrt, Alter. Digga, gib her! Ihr werdet auf sich gestampft wird, Alter. So. Stich! 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 Ich glaube, der frisst einfach viel mehr. Oh blöd. Jetzt versuch ich die Beine, Digga. Oh mein Gott, Digga, der schlägt mich. Oh, ich... Uh. Ah, ich verstehe. So ist Musik geil. Jetzt hat... Oh nein. Ja, Bro, was soll ich machen? Scheiße, ne? Digga. Ach, ich... Appelliert. Alter, ich... Jetzt mal angucken. Una, die Röhr fürst... Okay, das ist er zu benutzen. Ja, nur so bist du dich tost. Ja, was, was ich gar nicht... Ja, Digga. Der Gefähr... Oder irgendwas. Ach, ich muss mir herlocken. Ich bin so... Da pennt man. Boah, du... Dieser Box, ein Weg, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich wundere Musik gefickt, aber auch im Hintergrund. Ich glaube, man kann den nur mit... Digga, wie soll ich da ausweichen? Digga, wie soll ich da ausweichen? Ich geh doch down, du Fettzöck, Alter. Ohne Witz. Was, ein fettes Teil, Alter. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Vor allem, warum kann ich das hier dann auch machen? Äh... Yellowstones. Kriegen wir noch welche? Ich würde die gerne hier reinholen. Ich bin so greedy, ne? Ja, gut. Hier gibt es nichts mehr, oder? Und auch da hinten in der Ecke. Ich glaube, mit dem Aufmachen geht das noch einfacher, aber... Ich habe nicht, ich habe es nicht richtig getimpt bekommen, deswegen hat mir gerade diesen... ...Pferdefenster... 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 so hoch jetzt jetzt kann ich mit der maus aufschlitter machen oh gott es hat einiges das war aufschlitten jawohl wie geil der resurs Was ist das hier? Die Untergrund hier ist sacred für sie. Siehst du, das ist wo sie die Plagas haben. Sie haben in den Ämmer gegründet. Natürlich haben sie. Sie haben in den Ämmer gegründet. Du sagst nicht, dass wir das Ding fahren. Ich will jetzt einfach ein bisschen Minecraft fahren. Wie in Minecraft. Die Junge, das ist so richtig in der Zone-Shit. We're going off the rails! Lean! Mierda! Do something about those parts! Oye! Sweet Strass! We talked, we're gonna crash! Fertigst Gerl in der Zone-Shit, Alter. Fertigst Gerl in der Zone-Shit. Das ist so random. Ich feiere das. Ich... 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 Drück schon! Hey! Der Karte ist über. Wohin! Ich... holy shit worten gute kommen ja jetzt wieder spiel ja ich noch ein bisschen auf doch mit den schutz und zeit wie in amerikaner gehen die ganzen amerikaner schloss wird auch langsam stale alter ich lasse mir was neues einfallen, ok? Junge geil, hier wird immer so ein sachen in die luft jagt rosen wir so langsam genau liegt nicht mal nach vorne das war schon things are just getting started Hey, warte mal Hey, warte mal, ich hör dich Ich hab den Bro gehört, aber wahrscheinlich ist da weit oben Boah, putz, Junge, Alter, die Fritze Lass sie sich auch selber in die luft jagen, Alter Als wenn die Al-Qaida oder so Nein, 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 oh Mann Ah, du Arsch Weiß ich, dann drücke ich noch die linke Maus, dass du Ich will Shotgunsch, der ist Fässer fällt keiner mehr Geil, das wird Herb Hier ist ein Treasure I love my treasure, das ist der Präsident Hier wird es mir für das A-Stray Und wenn es wieder das Beste geht, kann ich jetzt eigentlich auch mal andere Herbst bauen Triple G kann ich bauen Na komm, bauen wir mal so ein X-Therb mit grünem Rot Ähm Hä, da liegt noch was Bin ich blind? Ah, das ist gar nicht hier, das ist links von mir Hä? Bin ich, bin ich irgendwie ein Zeitreisender? Ach, liegt da vorne Junge, ich Bin echt ein bisschen müde Ich glaube, ich gebe ich gleich ein bisschen hin Oh Da soll ich zum Penel, sondern einfach nur hinlegen Und ein bisschen Ausrundschatz drum zu sitzen Oh ja, auch mal mein Kart Let's go All right Let's go Not this again Oh komm, Leon, das macht Spaß, Digga Fällt sich nicht so an, du Kasper Nein Alter, ich hab uns selber schon gemacht, das ist zu episch Das war ein EASIS-Duo weggeschränkt Ha, 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 ha This is kinda fun Hey, the Kart's sticking over Step turn Also, dass es immer noch dunkel ist Ich dachte schon, es wäre wenigstens morgen, man Das war ein Loppen Geht, Alter Das ist voll die Raze-Passage, Alter Ich bin leicht enttöten Holy shit, Alter Geht, Alter Hit the brake! What? Haha, were you serious? Jump! Oh yeah! Luis! Can I get ahead? Give us the 3-2-1 next time, hey Sancho! Whatever. Oh man! Hm, but actually, this works. Oh yeah, let's get on that lift. Das Ding aber ist krass. Ähm, hier rumzugehen, das unter dem Auto ist nochmal drin. Ne, also das war schon eine coole Passage, glaube ich. Ich hab das nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Nennt mich langweiler, also komisch. Aber ich mag Minen-Passagen nicht. Ich mag Minen-Werke und sowas an sich nicht. Ich weiß nicht. Ich hab eins... Von den ganzen Set-Pieces finde ich sowas immer am langweiligsten. Ich kann Ihnen erklären, warum. Es ist immer so ein Gefühl. Ich hab volles Gespür. Ich hab volles Gespür. Ha, ich hab voll die Spur. Jetzt runter hier. So. Treasure. Ich will treasures. Da komm ich nicht weiter. Alter. Was ist jetzt los mit mir, Alter? Ich renne... Oh no. Nein. Nicht ihr schon wieder. Diese Leute haben Camouflage. Ja, hab ich gemerkt. Alter, es ist geplatzt. Kann ich diesen Aids Ding auch hab hier sch... Oh. Nice. Alright. Alright. Oh mein, mein Herb. Was ist das hier? Insect-Hive. Too many have lost their lives to the never-ending swarm of insects. It's a plague. Please destroy the interest in the gigantic hive and save us from forever. Ja, ich hab schon eins kaputt gemacht. War ich gerne, Alter. Ich liebe... Geld. Ich liebe... Es war jetzt nicht... Es war jetzt nicht... Ich mach das alles hier. Schluch ab, schluch ab, schluch ab. Ja, ich bin schon langsam, aber... Ist nicht so dramatisch. Nichts da, Digga. Ja, die machen Sounds wie die Mewtos aus... Äh, Godzilla 2014. Der Film war auch mediocre. Technisch gesehen super. Aber... Film... Film technisch. Medioker. Also die Sachen fieb ich ein und was... War ja peak, aber... Von dem was er geboten hat, war er sehr mediocre. Nein. Verpitzig. Ja, danke, dass wir sagt, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wofür hab ich sonst die Shotgun? Nein. Nein. Ah, der droppt den Sapphires. Wie geil ist das denn? Ja, der ist da. Ein Sturm überlebt. Aber es geht noch weiter. Los, hoch hier. Geht er jetzt nicht. Er dachte, wir geht's bestimmt hoch. Er dachte, wir geht's bestimmt hoch. Ah, der wird nicht. Wir gehen mal auf die Seitenstraße. Wir gehen mal auf die Seitengasse. Ja, Mann. Buss Junge. Nimmts abstichen. Oh ne, okay, zwar schon. Aber lass ich auch platzen müssen. Wieso... Keine Ahnung, ein Wetterkerlack, was er erschossen hat. Die Fallout Serie ist ja rausgekommen und ich habe die noch gar nicht angeguckt. Ich glaube ich gucke die auch nicht an. Das war sehr interessantes Commentary, ich weiß. Ich glaube ich bin dicht, Digga. Die droppen aber so lecker Saphire, Alter. Finde ich geil. Bisschen Daumenkratzen. Ich werde die immer reinlaufen, ne. Kann ich aber gute Herbs spawnen? Ja. Rüden. Rot. Rot. Noch so ein Ding. Gut. Kann ich aber sowas ammo craften? Ah, Shotgun Schelzen. Lecker. Ähm. Yellow. Bei Du ist zu wenig halt. Ja komm, passt. Post. Wir ranken heut Chips. Tarkis. Tarkis. Tarkis auf die Eins. Gibt nichts Besseres. Ja da stimmt auch, Tarkis sind so fucking geil, Alter. Ich hab's jetzt über Essen zu reden, aber ich an der Stelle muss ich mal kurz ein Shoutout geben an meine Bros. Tarkis. Wir sind Peak Performer. Da war aber das. Und da oben, oder? Ja. Ich bin dumm, ne. Ach komm, ich lass das jetzt, Junge. Warte, warst du noch mit dem Flashback? Nee, okay. Dann die Spinnen, nicht diese Viecher. Ach, da hockt er. Ja warte, 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 ich komm zu dir, ich edgee jetzt wieder, ich edgee jetzt wieder, ich komm zu ihm, bin ich fertig bin mit der Quest. Ja da geht's weiter, aber ich will nicht weitermachen, ich will ähm, das letzte Krebsgeschwür Ab wir dort oben abschießen. Ja da rum zu flattern. Hätte ich warten ca einisternär dran ist um Sachen zu nehmen die er sich bei sich hatte. Ich glaube ja. aj120 Awareness merchant gibt man noch mal ein gold token prima messer und du ali so vorstelling only weg damit vorstelling only weg damit ich kriege glaube ich keine guten edelsteine mehr was ich doch hier übrigen kürze also krone weg ja ohne weg die können wir jetzt nur weg die andere weg nur kurz angucken ja so die können weg verkaufen sie einen schatz für mindestens hunderttausend peter 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 aber hier was könnte mich vielleicht hier noch rausholen ja wir können hier noch auf jeden fall so rot noch mal rein legen okay wir haben zwei von den zappieren das sind auch zappiere drin in der diamond ruby ist nichts wert gut das passt eigentlich das beste machen können also weg weg und das weiter noch wir sind fucking reich wurde gesagt ich spreche ganz gut ist die kauf mir dann auch verkaufte für die right dann nee das nicht so jetzt wird der tune ab machen so das besser voll und direkt die striker hier power die power ja gibt mir alles ja power auch noch hier die billigen ja hier und hier und hier einfach hier durch gemerkt ich bin richtig immun gerade so ich brauche schlaf aber ich darf kein schlaf eigentlich haben so die spiker nein ranken chips so jetzt haben wir eine neue waffe die wird ficken ich hoffe die wird ficken schottkunden 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 hat die folge ist da fühlst du dich aber schlecht schottkunden 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 Warum riskieren deine Leben so so? Wir wissen uns nicht. Ich sagte dir. Es macht mich besser fühlen. Seid ihr mit mir einmal mit mir. Die Illuminados. Ich war für das Arbeit. Schau? Da geht's. Die zwei von dir ist nicht gut. Ich weiß das. Aber trotzdem. Ich will nicht jemand anderes getötet. In diesem Fall, du besser gehörst. Worte für ein Schwier.